Rosa Kleid in einem Traum Von einem rosa Kleid zu träumen, kann viele Dinge bedeuten, je nachdem, was Sie im Leben durchmachen. Wenn Sie jemand sind, der auf der Suche nach einem Neuanfang ist, dann kann der Traum von einem rosa Kleid ein Zeichen der Ermutigung sein. Sie werden sich in einer Situation wiederfinden, in der Ihre Bemühungen nicht unbemerkt bleiben und sich alles für Sie zusammenfügt. Wenn Sie von einem rosa Kleid träumen, könnte das bedeuten, dass Sie sich feminin und schön fühlen. Es könnte darauf hindeuten, dass jemand versucht, Sie zu beeindrucken oder Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie können sich auch darauf freuen, abends mit Freunden auszugehen. Wenn Sie die Aufmerksamkeit von jemandem in Ihren Träumen auf sich ziehen möchten, kann das Tragen dieser Farbe ein Hinweis darauf sein, dass Sie bereit für die Liebe sind. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass Sie Ihre weibliche Seite öfter zeigen müssen. Die Farbe rosa wird auch mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Wenn Sie also in Ihrem Traum ein rosa Kleid tragen, kann dies bedeuten, dass Sie sich weiblicher als sonst fühlen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, einen Blick darauf zu werfen, wie Sie sich anderen Menschen präsentieren und was diese von Ihrem Aussehen halten. Solche Überlegungen werden dazu führen, dass Sie sich im Leben wohler fühlen. Der Traum zeigt, dass Sie einen Vertrauensschub brauchen. Du fühlst dich vielleicht niedergeschlagen und das kann sich darauf auswirken, wie andere dich sehen. Wenn Sie das Gefühl haben, von jemandem in Ihrem Traum beobachtet oder verfolgt zu werden, der diese Farbe trägt, könnte dies bedeuten, dass jemand eifersüchtig auf Sie ist. Daher müssen Sie auf Ihre Interaktionen mit anderen Menschen achten. Im Gegenzug würden Sie Situationen vermeiden, die Ihr Leben stören oder Ihr Wachstum behindern. Im Gegenzug Untertitelung des ZDF, 2020